Wie steuerst du die Therapie während des Spiels oder ist jemand, hast du Follower, die deine Werte verfolgen während des Spiels, Physiotherapeutin oder wer auch immer, Trainer, Trainerin oder? Es sitzt jetzt mittlerweile keiner mehr draußen, der meine Werte quasi dann da hat. Das ist für mich tatsächlich reicht es aus, wenn ich dann in die Halbzeit gehe und dann meinen Wert habe und ich da irgendwie auch wirklich voll und ganz auf meinen Körper auch vertraue. Und dass es bisher einfach so gut ging.